Wenn wir uns diese Kerze hier ansehen. Kerze... Aber ich habe keinen Geburtstag mehr und ich bin auch kein ein Jahr alt geworden. Also bringt die Kerze nix. Servus Leute, willkommen zurück zu Omnisia, der Dark Dissent. Der Serex ist da und wir haben hier einen Stuhl reserviert für ihn in der ersten Reihe. Ich dachte, der bleibt jetzt da oben hängen. Das wäre lustig. Das wäre lustig. Okay. Schmackes Video weiß ich, dass das jetzt durchaus dauern könnte. Oder auch wenn du dich doof anspielst. Spiel, fang dich wieder, stürz nicht ab. Selbst im Spiel ist das Rätsel zu viel. Lalalala, ich will da rein. Oh nein, ich schaff es nicht. Böhööööööööööööööööwwistd. Kein Monster? Ah, Zinderbüxen. Und Freundethelfer! Bewegt dich, los! Steckt fest, das auch, das auch. Ich weiß, dass ich die Teile brauche, ich weiß nur nicht wofür. Ah, Zunderpitzel. Klopapier. Lass mich raten, da steckt auch alles fest, nicht wahr? Ne. Was habe ich gemacht? Das Teil in die Luft gehoben. Moment. Moment. Mal gespannt, wie lange ich für das Rätsel brauche. Moment. Moment. Das könnte dauern, bis ich das zumindest geschafft habe. Größte Fein eines Wolves. Ein Tor, das langsam wieder sich schließt. Komm ich da durch? Nein, komm ich nicht! Ah, tut es sich aus. Perfekt. Alles klar. Da ist auch so ein Rohr. Ich höre Wind. Zünderbrüchs und ein Zettel. 13. Januar 1799. Die Arbeit und das Wissen, die ich in dieser Maschine steckte, werden von keinem Mann der Welt übertroffen. 14. Letzte Generationen von Männern sind gestorben, seit ich zuerst versuchte, den Entwurf zu rekonstruieren, den ich beim Holzgröß gefunden habe. 15. Die Grenzen dieser Welt haben meine Arbeit unglaublich erschwert und mich gezwungen, dieses Ding fast hundertmal größer zu bauen, als den empfindlichen Apparat, den es nachahmen soll. 16. Ganz zu schweigen von dem Strom des gesamten Blitzes, ersetzt durch unter Druck gesetzter Dampf, der sich durch Rohre und Turbinen drückt. 16. Ich schäme mich, wenn ich daran denke, dass wohl der Erfinder von meinem Monstrum gedacht hätte. 16. Monstrum ist falsch geschrieben, weil das sind zwei U, wo er mit einem Vergrößerungsglas arbeite, um alle Teile sorgsam zusammenzufügen, 17. Probier ich fünf Männer, um einen Turm aus zusammengezimmertem Eisen zu errichten. 17. Und kann nur hoffen, dass es auch nur annähernd die Kraft einer Taschenuhr hat. 17. Ich glaube, das ist nicht gerade spannend, was ich hier mache, oder? 17. Ja, nicht gerade das Spannendste. 18. Ich meine ja nur nicht, dass du während des Seins schläfst oder so. 18. Ja, ich laufe eigentlich schon die ganze Zeit gefahren. 18. Steckt fest. Wenn nicht, dann mache ich den Part eben nur kurz. Ist doch egal. 18. Ja, halt mit dem Rätsel. 18. Sind fünf Löcher. 18. Ja. 18. Ja. 18. Ja. 18. Ja. 19. Ja. 18. Ja. 19. Ouais. 20. Ja. verdammt das wird grässlich ich glaube ich werde hierfür lange brauchen ich gehe mal an dass hier keiner der hebel funktioniert solange ich die rohre nicht doch es geht nach unten es geht weiter nach oben es geht wieder nach oben was ich habe keine ahnung offensichtlich habe ich es irgendwie gerade richtig gemacht ja das ist eines der schwersten rätsel von dem spiel ist da hinten was denn hier ok das teil läuft zumindest dass ich die beiden rohre da noch irgendwie durchbekommen weil ich muss aufpassen dass ich die kisten nicht wegdrücke wenn ich das jetzt first try schaffe was sagst du dann so richtig first try dann habe ich den king dem harz gemacht weil osoma ist total baff gewesen als ich zwei schwere bosse einfach mal first try gemacht habe ja auch ein wolf muss mal lack haben auch ein blinder wolf findet mal ein korn blind wegen lorenau und so natürlich wie muss ich das zusammensetzen brauche ich mehr als eine 3 bei oh je jetzt weiß ich was du meinst mit eines der schwersten rätsel das bleibt doch hier doch was komm her Jetzt ist es verkehrt rum Ich will das doch nur nehmen Ja, es ist in der Art Nein Jetzt weiß ich, was du mit schwerem Rätsel meinst Moment, das geht sich gar nicht aus Das sehe ich jetzt erst Moment Nein Das geht sich doch aus Achso, deswegen, die haben unterschiedliche Länge So, dann gehört das Rohr da rein Und das da gehört Da rein Genau Nee, falsch Raus Das da gehört in die Mitte So, und das da gehört rechts hin Oder auch nicht Sehr args Verdammt, ich glaube, er ist eingeschlafen Das ist blöd Und gerade jetzt bräuchte ich sein Rad Ich versuche noch ein bisschen Und wenn es nichts wird, dann mache ich den Schnitt Ja, ich versuche noch ein bisschen Ah, nein Dummes Rohr Hier läuft zumindest schon mal was Hier auch Hmm Ist der noch hohen, mein Rohr? Vielleicht sollte ich den Schnitt machen Dann packen, je nachdem Ich versuche das auch Pass auf Ich muss das irgendwie zum Laufen bekommen Na, was soll's, dann werde ich hier speichern Und werde den Part hier beenden Dann werde ich darauf warten Ist sehr args irgendwann mal wieder fitter ist Und ich würde sagen, das war Annesia, der Tag Die Schnitt Ich hoffe, es hat euch gefallen Und wir sehen uns das nächste Mal wieder Fitt euch Bis zum nächsten Mal Uh Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal